Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Pep Guardiola ist nicht Top-Verdiener, was die Trainer angeht. Diego Simeone kassiert fast doppelt so viel Urheberrecht, get the images 8. Februar 2019, 19.11 Uhr, wie viel verdienen die Top-Trainer in Europa? Die französische Sportzeitung Le Keep veröffentlicht eine Auflistung. Sport 1 gibt einen Überblick mit interessanten Zahlen. Welcher Trainer verdient wie viel? Die französische Sportzeitung Le Keep hat ihr jährliches Gehaltsranking veröffentlicht, mit einigen Überraschungen. Thomas Tuchel verdient bei Paris Saint-Germain weniger als Bayern-Trainer Niko Kovac. Ex-Bayern-Trainer Carlo Angelotti kassiert in Italien dagegen deutlich mehr als Kovac in München. Der Spitzenreiter im Gehaltsranking überrascht dagegen doch. Sport 1 hat die Gehälter der europäischen Spitzentrainer. Sports 1 Sports 2 Sports 2 love Untertitelung des ZDF für funk, 2017